Ganz sicher hat er das gemacht. Angriff auf den Gegner. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Ja, und er gibt ja rot. Ja, Manni, und das in einer solchen Situation, wo du einfach nur die Füße, den Körper weghalten musst. Nimmt ihn mit dem Kopf. Und er trifft. Ja, wir sehen hier, dass der Pfosten durchaus mitspielt, aber am Ende ist es egal, der Ball ist ein Ritz. Untertitelung des ZDF, 2020